Heute wollte ich euch mal ein anderes Video zeigen. Ich sammle ein bisschen Müll, ein bisschen Abfälle, ein bisschen Abfälle sammle ich jeden Tag, sammle ich das und gebe die Natur das wieder. Kaffeegrund ist gut für die Blumen, Bananenschale ist auch gut für die Blumen. Das gebe ich alles, die Natur, wieder zurück und das braucht die Natur. Die Sachen, was sie selber produziert, die Früchte und alles, braucht die Natur, weil das Sauerstoff ist für die, die Abfälle und alles. Das gebe ich zum Beispiel wieder zurück, der Natur, das ist einfach so gut und so habe ich ein bisschen mehr Müll, weniger Müll, habe ich weniger Müll, produziere ich mehr, weniger und die Müllfahrer haben weniger Abfälle abzuholen und in Sortieranlagen haben sie auch weniger Arbeit. Mach das mal, versuch das mal, die Abfälle, die Natur wiederzugeben. Und da ist mein Plastemüll, was ich sortiere, Monat für Monat und Woche für Woche. Einfach sortieren, das macht Spaß, das wieder zu verwerten und weniger auch Stoffe zu nehmen und die gleiche Kleidung wieder zu tragen und nicht immer Neues anschaffen. Das ist, äh, das ist so gut. Äh, nicht mal vieles Neues anschaffen. Das muss man nicht. Ne, äh, man hat genug Sachen, man braucht nicht mehr. Die Rohstoffe müssen gespart werden, um die Natur zu helfen und wieder Wert zu geben, die Natur. Das ist einfach so schön, die Natur wieder was zu geben, was sie braucht und wir an der Natur zu freuen. Es gibt keine richtige Winters mehr. Es gibt keine Freude mehr. Es gibt nicht viel Sonnenschein und es gibt einfach nicht viel Energie. Ne? Es gibt einfach nicht viel mehr viel Energie. Ne? Die Tiere freuen sich auch an der Energie, wieder zu wachsen und wieder zu blühen. Meine Blumen gebe ich auch. Ähm, immer Bananenschalen in den Sud reinmachen. Und, 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 und Kaffeegrund ist sehr gut für meine Blumen. Das tut den Blumen richtig gut, das zu geben, was, was sie selber brauchen, Energie zu kriegen. Gerade jetzt sind sie drinnen, die Palmen. Im Sommer kommen sie wieder raus. Ne? Und den Pflanzen wieder was zu geben. Ne? Und das hier, wenn die das schmutzig gemacht haben, die Tiere, gebe ich denen das auch wieder die Natur. Das ist einfach so gut, das muss nicht im Müll sein landen. Bitte, Menschen, macht aus dem Ding was. Es ist einfach gut, ein bisschen was zu machen, ein bisschen Energie zu haben. Ne? Aus den Tieren und die Tieren draußen im Winter, die finden ja auch nichts. Wenn ich beispielsweise jetzt wieder Abfälle habe von denen, dann gebe ich den Tieren das wieder zurück. Mach das mal, das ist so gut.